Ein Ford Tourneo ist hier zum Verkauf angeboten. 6 Personen haben in diesem großen blauen 5-türigen Wind Platz. Der Venn besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Isofix, Kindersitzbefestigung, Navigationssystem, Partikelfilter, Einparkhilfe und vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 155 PS. Der angegebene Verbrauch des Diesel beläuft sich auf 6,5 Liter pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 43.440 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohaus Kögler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Bester Container Bis zum nächsten Mal.